...auf die Gesichter, während hier gespielt wird. Ich meine, ich weiß übrigens, so wie Sie in dem Spiel fahren, weiß ich, fahren Sie auch auf der Straße. Also wenn Sie die... ...für unser Spielzeug des Jahres 2020, den besten... ...das ist so toll. Ja, 200 Spiele in... ...das ist so toll. Ja, 200 Spiele in... ...das ist so toll. Ja, 200 Spiele in... ...als Spiel zu erkennen. Und da darf man das auch mal. Es macht Spaß und zwar für die ganze Familie. Die Jugend wird genauso, wie wir Alten mitspielen. Und ich kann es nochmal aus eigener Erfahrung sagen. Man sieht man die Spielekonsole aus. Entweder man spielt direkt an der Konsole, da macht es schon Spaß. Aber richtig Spaß macht es natürlich, wenn man die Konsole an den Fernseher anschließt. Komm, 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 streng dich mal an. Diana, jetzt bist du schon wieder tot. Mensch, jetzt schieß doch mal. Natürlich nur im Spiel. 18,54 Euro. Nicht spielen. Können zuschauen, man kann ein Familienduell machen, ein richtiges Turnier. Oder es gibt auch Spiele, die man miteinander spielt. Miteinander spielen, miteinanderle Spiele durch. Nicht 33 und die 5,600. Aber man sieht es auch, die Mädels haben Spaß. Also das ist nicht nur so klassisch für die Männer. Da hat man wirklich hier für jeden was dabei. 200 Spiele sind hier für sie. Und das für 18,54 Euro. Das ist natürlich genial. Ja, unser Spielzeug des Jahres 2020 braucht man eben auch mal Batterien. Die sollte man immer im Haushalt haben. Wie man eben Pflaster im Haushalt hat, so sollte man auch die Batterien dabei haben. Jetzt gerade noch AAA eingeblendet. Und jetzt für sie die Doppel. Und jetzt für sie die Doppel. Unsere 2 in 1 Retro Spielekonsole. 200 Spiele. Da kommt jeder auf seine Kosten. Endlich wieder lieferbar. Und nicht nur alleine zocken, sondern miteinander, wie wir das hier im Studio machen. Einfach an den Fernseher anschließen und schon können sie spielen. Oder eben mit der Konsole an sich. Das ist natürlich genial. Schauen Sie, 18,54 Euro. Die bestellen. Und wir jetzt nochmal ganz schnell notieren. ZX 30, 33 und die 5,600. Naja, und am besten nicht nur notieren, sondern auch gleich.